26. Coppa San Vicente, herzlich willkommen hier im Stadion vom San Vicente zum Finale der US-Juniorin. Begrüßen Sie mit mir den SC Heiligenstadt und Grün-Weiß-Müllen. Begrüßen Sie mit mir! Finale der US-Juniorin der SC Heiligenstadt gegen Grün-Weiß-Müllen. Ich bitte Sie nun, sich von Ihren Plätzen zu erheben, zu Ehren der beiden Mannschaften hören wir nun die Nationalhymne Deutschlands. Das Gesammerk Das Spiel leitet mit Schiedsrichterin Anna Wojkova aus Russland. Finale der ULF-Genioren SC Heiligenstadt gegen Grün-Weiß-Mühlen. Das Spiel leitet. Ja! Musik Ja! Ja, Bionni! Ja! 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 Geht daherlaufen zum Wegschießen des Balles. Macht euch auf Gefahr, dass ein Ball wegschießt. Zauber! Ja! Zauber! 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 Ja! 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 Was ist das denn alles? Manometer! Schön, und Robi zieht ab. Oh, herrlich! Ja! Schade! Super gespielt, Jungs! So spielt man Fußball! Lauf, Erik! Jetzt noch einen rein da! Jawoll! Ja! 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 Oh, hier! Eckbert! Junck! Danke, Jungs! Sie sind guter, Leute! Sieger! 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 Und jetzt war der Schlusspfiff im Finale der US-Finioren. Grün-Weiß-Nülen, jedes Jahr in den ersten FC Heiligenstadt. Die 15. Glückwunsch nach Romina Sachsen. Glückwunsch, Grün-Weiß-Nülen! We are the champions we are the champions! As well I believe is the Wir sind glpeeft. Das war's für heute. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wir sind die Champions, wir sind die Champions.